Ich habe bei uns mit einem Piston den Spike mal weggezogen, dass keine Drops mehr generiert werden. Ja, soweit wie ich es jetzt verstanden habe. Du hast gerade mittendrin geleckt. Ich hoffe, das war bei allen so. Er hat die Monsterfarben deaktiviert. Ich habe mit dem Piston den Spike weggezogen, dass keine Drops mehr generiert werden, damit es nicht so hart bleibt. Das einzige Problem kann ich dir gleich geben. Das brauchte ich, weil ich die Items brauche, zum kopieren. Aber ich bin dann jetzt erstmal weggezogen. Weil wir brauchen einmal, du wolltest ja eine Fluid-Dingsbums herstellen, oder ich bin Wacken. Weil das Teil, das Rezept ist ja erst im nächsten Quest-Schnitt drin. Aber das brauch ich jetzt schon. Nein, weil wenn du die Maschine jetzt schon herstellst, dann bist du ja schon wieder weiter voraus, als du sein sollst. Er hat gesagt, dass wir nach Questbuch machen, aber ja. Ich? Nee, ich habe es erstmal hergestellt. Das ist ja das Problem mit dem Herstellen. Die Teile, nicht das einzelne Ding. Hauptsache, ich hatte für einen Tag einen Partner gehabt. Jetzt habe ich wieder keinen. Warum kommt dein Partner nicht mehr online? Weil er doch im Moment seinem Vater helfen muss. Dann schreib doch mal den Olaf an. Der war doch bis jetzt noch gar nicht mehr online. Deswegen sollst du ihn mir anschreiben. Ähm, war glaube ich so. Als ob ich jetzt schon wieder... Ach du Scheiße. Okay, der Maschinenkenner nimmt auch langsam Form an. Ähm, was ist das so? Und das da. Ähm, endlich. Wo sind meine Goldgears? Ich hatte hier noch Goldgears drinne. Die habe ich nicht. Ich hatte Goldgears hergestellt. Wo denn? Für was denn? Für was denn? Für den, ähm, ähm, äh, Voltärzte Miner. Die sind... Die habe ich ja echt nicht. Warum sollte ich die auch nehmen? Oh, es gibt wieder Tonnen am Essen. Ey, es kotzt mich an. Man bereitet was vor und dann fehlt wieder die Hälfte. Wer hat denn bitte alles eine Berechtigung bei euch? Ne, ich hab's. Die waren unten in der Hotbar. Ach du Scheiße, ey. Ei, ei, ei. Ike eskaliert. Ne, ich hab nur ein bisschen was vorbereitet. Ike eskaliert doch nicht. Wir haben gerade sechs Quests abgegeben, Palle. Ich mach gar nichts mehr nach Quests. Ich baue im Moment einfach nur den Keller. Wenn ich den Keller habe, wird, werden Maschinen gebaut und dann, ich baue meine Basis. Und wenn ich dadurch Quests fertig mache, okay. Immer wieder gerne. Einfach bestimmt, wir gehen ein bisschen strikter nach Questbuch. Ähm, willst du den Frame bauen oder soll ich? Was für ein Ding? Den Maschinen-Frame. Wolltest du den bauen oder soll ich? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Welcher ist denn das? Das ist Questzweig 4, mit dem ich ja heute starten wollte. Unbedingt. Ey, lass uns erst mal drei fertig machen. Drei ist deiner, da blicke ich sowieso nicht. Ja, deswegen. Okay, stopp mal. Und das ist jetzt mitten in der Aufnahme. Du hast gerade gesagt, drei ist meine. Warum machst du da Quests? Weil ich dich gefragt habe, ob ich den machen soll. Und du hast ja gesagt. So, und ich sag jetzt zu Quest 4 Abschnitt, nö. Hahaha. Na gut, ich brauche trotzdem. Ähm. Okay, und das mitten in der Aufnahme. Ich brauche nur Enter drücken. Wer? Also, der mich juckt's ja gar nicht wegen der Quest, die da unten beginnt. Ich sollte ja nur warten, bis wir halt da sind, damit die Quest anerkannt wird. Ich muss wieder gar nicht nach Quest machen. Warte mal, äh, Metafabricator. Dafür hat sich doch Club Usch ein bisschen was vorbereitet. Metafabricator? Ja. Ähm. Der macht Sachen, da hast du gar keine Ahnung von. Äh, äh. Äh, warte mal. Das ist der hier. Ja, wir brauchen die Energie-Flow-Dingsbums. Dafür. Die Energie-Flow-Teile. Dafür wollte ich ja da hinten das Ding upgraden, ne. Wofür ich diese 34 Dinger hergestellt hab. Der Moment, wenn Ike einfach nach seinem Kopf geht. Ne, ne. Ähm. Wir brauchen ja die Maschinen. Das ist es ja. Wir müssen eine gewisse Hitze für Tankstner-Herstellung erzeugen. Ja. Und da war ich dabei. Und da fehlt uns halt nur noch wirklich das Tankstner. Ja, gut. 2.812 Hitze. Was brauchen wir für Tankstner? Wie viel? Ähm. 2.500. Wir können Tankstner herstellen. Ähm. Kannst du mir kurz helfen? Moment. Ich kümmere mich jetzt erstmal um das aller... Oh, ist das scheiß Tankstner. Hab nix gesagt. Den Volt meiner baue ich dann auch gleich auf. Warte mal, warte mal, warte, 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 was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Das, was du nicht machst. Die Dinger anbauen. Ja. Und mit Strom verbinden natürlich. Ähm. Anbauen brauchst du einfach bloß hier. Und damit wollte ich halt irgendwie eine schöne... Warte? ...Leitung setzen. Ach so, da, stimmt. Da sind Wasserräder. Obwohl ich weiß nicht, ob die Power da von den Wasserrädern ausreicht, weil das ja nur eins ist. Weil die Wasserräder sind nur Lead-Anschluss, nicht... Na und? Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die Power reicht. Darum... Wenn wir hier drinnen ein Kabel langlegen... Warte, ich hab noch welche. Ähm. Bauen wir das sogar noch eins. Ja, dann... Sparen wir uns ein paar Kabel. 50 je F speichert das Ding bloß. Ach, warte, warte. Der verbindet sich nicht mit den komischen Teilen. Ja, warte, bau die mal ganz kurz ab. Ja. Äh, werf mal her. Das war der... Was ist denn da? Ach, das Krio ist Dingsbumsöl. Hm, dann machen wir... Ich würde das generell nicht da oben machen, weil da oben ist ja die ganze Tankreihe. An die wir auch noch ran müssen und wegen automatisieren. Das ist das erste Mal schnuppeln. Ich glaube, das immer noch nicht. Ich glaube, die müssen untereinander sein. Der Hinterriss voll. Dann... Doch, dorthin. So. So. Äh, French hab' ich, dass ich das hier wegmachen kann. Und dann wieder keinen Bock. Ich hab' noch nicht mal angeschlossen. Jetzt. Haben trotzdem keinen Bock. Ähm, andersherum. Schließ mal den Tank an. Was für'n Tank? Den... Ja, das Storage. Das F-Storage. Nicht das Teil, sondern den F-Storage. Warte mal. Weil es geht von dem Storage aus in diese... In die Maschine eigentlich rein. Darum. Und nicht andersherum. Ja, die ist jetzt so voll. Jetzt können wir das nicht nachprüfen. Autsch. Aber... Oh, da hat sich gerade voll gefüllt. Ja, der Ene... Ich stelle kurz was mit Strom her, dann ist der ja leer. So, kannst du mal kurz anschließen? Ist dran. Äh, not enough Power-Kapazität. Boah, 400. Ja. Dann... Irgendwo fliegt noch... Du hast da... Ich hab keinen. Ich weiß, wie wir dat machen. Ich weiß, wie wir dat machen. Kannst du eventuell noch ein paar Lead-Dinger herstellen? Die reichen nämlich vollkommen aus. Und ich brauche ein bisschen Dreck, um das dahinten zu verstecken. Hier. Also, die ist gar nicht mehr da. Na, gucken ob die reichen. Sonst muss ich wirklich noch welche herstellen. Ich bin kurz auf dem Klo. Das muss alles da hin. Also, da, da und da. Jetzt hab ich irgendwas abgebaut, was ich nicht abbauen sollte. Das Ding. So. So. Scheiß Loch. Mann. Kein Drecksloch. Ähm, die gehen hier lang. Die müssen bis hier hin. Das heißt, wenn ich das so mache. Hm, ne. Der muss ehens nach unten. So. 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 So, alle angeschlossen. Ähm. Zwei Sachen. Einmal nicht genug. Ja, nee, warte. Einmal nicht genug Power. Nee, die sind da hinten beim Wasserdings noch nie angeschlossen. Beim Wasserrad. Ähm. Ich hab aber so oder so nicht genug. Ja. Stahl, neul. Das ist hier. That's not good. Das ist nicht so schön. So. Jetzt kriegen die Storage-Dinger auf jeden Fall schon mal Wasser. Äh, Strom. Ich muss das nur noch mit dem. Wobei, das ist vorne verbunden. Das reicht so aus. Sieht so total grottenhässlich dann aus zum Schluss. Ähm. Zurzeit ist es noch nicht angeschlossen mit dem Strom. Doch. Nee. Not enough power. 400 AF pro Tick. Erstens. Erstens. Wir kommen. Wir kommen nur auf 300. 150 RF. Und jetzt sind es auch gleich alle erstmal randvoll. Ja, aber da ist nebenstand vorher immer das mit dem Possible. Possible waren vorher 50, weil du das direkt angeschlossen hattest, die Maschine mit den 50. Das ist nicht mehr genügend Stil drinne. Ja, das mache ich gerade. Das ist nicht das Problem. Dann müssen die an die Teile ran. Dann wäre mir das aber neu. Ähm. Dann machen wir die Gearboxen da ran. Frag mich, was du hast. Äh? Warte mal. Das ist immer noch bei Null. Das kann... Da haut jetzt auf jeden Fall was nicht hin, denn... Das... Never, dass das da hinten dran muss. Irgendwas stimmt hier sowieso ganz gerade nicht. Der Latex-Teil ist komplett voll und der sagt nicht genug Latex. Der Latex-Teil ist auch fast voll und sagt nicht genug Latex. Irgendeine Verbindung hast du, glaube ich, gerade gekappt. Latex ist hier... Und der Steil ist genau da über. Es ist... Es ist... Ja, äh... Nö, es ist alles verbunden. Es ist... Ich kann den Steil nochmal voll machen, aber das liegt eigentlich nicht daran. Ey, ich mache jetzt erstmal Magneten hier an. Das kotzt mich gerade an. So. Also... Stahl und Latex ist definitiv genug drin. Habe ich auch gerade nochmal nachgeschaut. Jetzt... Jetzt braucht nur noch... Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber jetzt braucht nur noch Strom. Ich habe das Stromscheiße abgebaut. Ähm... Ja. 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 Ich habe einfach nur die Stromkack. Frage erledigt. Frage erledigt. Ähm... Auch nicht wirklich. Ähm... Wie viel haben wir denn noch? Ich habe noch neun von den Lead-Teilen. Das... Wird... Nix. Steam Engine wird woanders rangebaut. Jetzt... Äh... Was ist das doch? Das ist der Boiler. Ja... Wenn wir mal das... Dann da hinsetzen. Man, warum ist das Ding so kompliziert? Die Dinger da hin... Geht doch. Was willst denn du? Jetzt geht's? Nur Klo. Oh, tolle Sache. Kann ich auch craften. Ähm... Neue Frage. Also, warte mal. Was hast du gemacht? Das kostet jetzt 20 Diamanten. Wenn du ne Frage hast. Ich kann dich doch nicht für Sachen fragen, die du im Inventar hast. Ich hab... Äh... Ne. Ich hab gar keine Dias im Inventar. So. Ich öffne beide Backpacks. Guck dir die Folge an. Wer hat von Dias geredet? Ich hab grad gesagt, für die nächste Frage würd ich jetzt Dias haben. Das stimmt. 20 Stück. 20 Stück. Und du hast drauf geantwortet, ich kann dich nicht bezahlen für was, was du im Inventar hast. Ich hab gesagt, ich bezahle dich doch nicht für Sachen, die du im Inventar hast. Ja, ich hab keine im Inventar. Nein, für generelle Sachen, die du im Inventar hast, bezahle ich dich doch nicht. Ne, für das Bauen. Ne, für die Frage. So, was willst du denn? Nein, hab ich nicht. Wenn du Maschinen-Frame willst. Nein, ob du vier Titanium hast. Oder vier Titanium-Platten, eins von beiden. Und wenn nicht, wie ich das herstelle. Ähm... Wo sind denn die Platten, die hier drinne waren hin? Ach, Dark Goiz, ey. Du machst mich echt arm. Ähm... Warte, bis er ehrlich ist. Bei mir macht mich mein Keller arm. Warum? So schlimm ist der doch nicht. Von den ungefähr über acht Decks Marble-Dichthatzes. Was sind das denn für komische Geräusche? Darko, 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 Darko! Ich kann automatisch eine Camelstone-Farm bauen. Ich hab doch den Block-Breaker. Den Auto-Breaker. Ja, und? Macht der jetzt hier bei uns ein riesen Loch rein? Nein! Ich mach jetzt hier eine Camelstone-Farm hin. Und dann brauchen wir den Camelstone nicht mehr farmen. Ja. Gib mal Lava aus dem Tank her. Oh, da ist auch kein Schatz mehr drin. Gib mal Lava aus dem Tank her. Ähm... Boah, das erinnert mich echt an einen elektrischen Stuhl. An so einen Elektroschocker erinnert es mich. So... Da Wasser hin? Haben wir noch... Ich bin Essen. Bis gleich. Stopp, 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 stopp. Haben wir noch Fluid-Ducks? Also Item-Line. Fluid-Ducks? Ähm... Wenn ja, dann hier irgendwo drin. Und ich sehe keine. Also, nein. Oder bin ich gerade blind? Äh... Hast du auch keine Backpack? Ich hab generell nichts Backpack. Ah, nee, gut. Ich hab noch Transferpapes. Alles gut. Bis gleich. Ja. Mein Keller macht mich marblearm. Boah, das ist normal. Ich hatte 16 Stacks. Jetzt hab ich nur noch zwei. Das ist normal. Ja, das kenn ich doch schon. Ähm... Wenn ich jetzt da die Lava hinsetze. Das heißt, ich müsste dann hier zubauen. Das... Geht... Von da nach da rein. So, dann setzen wir mal eine Lava. Da. Die geht da rein. Das wird alles kompressed. Ähm... Jetzt muss das von da nach da und von da nach da haben wir noch ein Item Transfer Note. Wenn nicht, töte ich jetzt Instant Darko. Ähm... Leck mich. Kann ich das irgendwo abbauen? Nee. Nee, kann ich... Verdammt nochmal. Ich könnte das mit einem Hopper da raus... Loll... Bin ich bei... Demort. Wir haben doch irgendwo noch ein Prober. Ich darf schon wieder farmen gehen. Kiste. Was heißt denn schon wieder farmen? Warte mal, du warst farmen? Ja, ich war farmen. What the fuck? Bist du krank? Äh... Nein, aber jetzt darf ich schon wieder farmen. Ja, aber... Ich kenn dich so, dass du nicht farmen wolltest. Ja, ich hab auch keine Lust. Problem ist... Ich brauch Redstone um... Äh... Lead. Und zwar sehr viel. Ich hab keine Lust. So, genau. Das geht jetzt da rein. Ich würde das ja gerne auf andere abwälzen, aber... Hab ja kein Teampartner. Hm... Ja, das ist scheiße. Äh... Also, das könnte ich einfach dem anderen sagen, von WG, wir kurz farmen. Ja... Da hast du natürlich recht. Hm, hm. Weil ich muss gerade Kabel machen, weil ich meine... ganzen Maschinen jetzt erstmal nach unten machen möchte. Ja, die Rezepte sind noch drinnen. Das ist sehr nice. Ähm... Dann... Einmal von da... Nach da... Einmal von da... Nach da... Dann muss das aber wieder... Shit. Scheiße... 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 Ich muss das alles umherends nach oben bauen... Und noch ein Hopper herstellen. Sag mal, was ist... Scheiße... Drainric... Da haben wir noch eine Kiste... Hopper haben wir ja, glaube ich, keinen mehr... Nee... Ich kann meine... Ey... Der blickt... Ernsthaft, der blickt... Beide E-Fabs... Will der mich verarschen, ne? Was kann ich mit nem Store & Present machen? Ähm... Mit nem Weihnachtsmann traden. Und wo ist der Weihnachtsmann? Du musst nur einen finden. Das ist in nem Villager-Dorf. Du willst dich doch wohl verarschen. Nein... Wir haben ja auch einen hier. Boah... Woher hat der die ganz industrielle Hempsachen? Woher oder wo? Ja, woher? Ja, woher? Ge-Crafted? Nee, allgemein dieses Industrial-Hemp. Keine Ahnung. Weil ich das halt für die... Fabrik-Dinger mache für... Na, hier oben da. Wie hießen die Dinger? Windräder. He-Ever...